Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Controller hier richtig mit deiner Wii-Spielkonsole verbinden kannst, dass dieser Controller danach einfach richtig funktioniert. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zunächst einmal müssen wir das Ganze in die Ausgangsposition bringen. Hierfür die Wii ausschalten, also hier sollte dann ein rotes Lämpchen nur noch leuchten, nicht grün, und danach einfach mal den Netzstecker hier ziehen, dass das Ganze wirklich stromlos ist. Als nächstes einmal unseren Controller bzw. unsere Fernbedienung nehmen, diese umdrehen und hier müssen jetzt einmal die Batterien raus. Hierfür einfach hier hinten das Ganze leicht nach vorne drücken, das Fach öffnet sich auch schon, und dann können wir einmal die Batterien hier ohne weiteres rausnehmen, dass das Ganze hier auch wirklich ohne Strom ist. Danach unsere Wii wieder ans Netz nehmen, wir nehmen also hier hinten den Stecker, geben diesen wieder in die Steckdose rein, und dann machen wir die Wii einfach einmal an. Während sich die Wii jetzt einschaltet, nehmen wir einmal wieder unsere Fernbedienung zur Hand, die wir gerade auseinandergenommen haben, dann die Batterien wieder richtig rum einsetzen, denn diese Fernbedienung möchten wir gleich mit unserer Konsole richtig verbinden. Die Batterien sind drinnen und das Fach hier hinten lassen wir einmal noch weg. Wir haben hier jetzt einmal eine Abdeckung, diese können wir öffnen, hierfür das Ganze einfach aufmachen, dort ist der Schlitz für die SD-Karte, und hier oben haben wir noch einen roten Sync-Button. Dieser Synchronisieren-Knopf, den drücken wir jetzt einfach einmal, und dann können wir nämlich unsere Fernbedienung hier mit verbinden. An der Wii haben wir den roten Knopf gedrückt, und jetzt auch hier einmal hinten bei den Batterien ebenfalls diesen roten Knopf einmal leichter reindrücken, und das sollte es normalerweise auch schon gewesen sein. Wenn sich das Ganze jetzt erfolgreich verbunden hat, dann können wir das erkennen, indem hier vorne eine kleine LED-Leuchte hier auf der linken Seite durchgehend aufleuchtet. Und diese LED-Leuchte bedeutet jetzt auch, dass das hier einfach meine Fernbedienung mit der Nummer 1 ist, Schauen wir uns das Ganze einmal noch an einer zweiten Fernbedienung an. Ich habe das Ganze jetzt wieder vom Netz genommen, Batterien raus, wie gerade eben auch schon, jetzt einmal noch diesen Sync-Button drücken, das ist geschehen, jetzt einmal hier drinnen noch in der Fernbedienung diesen Button drücken, das Ganze drehe ich jetzt einmal um, und du kannst sehen, hier leuchtet jetzt auch schon wieder diese LED durchgehend auf, und da es nun an der zweiten Stelle ist, bedeutet einfach, dass diese Fernbedienung hier die Fernbedienung Nummer 2 ist. Wie du sehen kannst, Fernbedienung Nummer 1 hat sich synchronisiert, also wirklich gar kein Problem, und hier kommt jetzt auch noch Fernbedienung Nummer 2 ins Spiel. Dort können wir das Ganze einfach an der Zahl 2 erkennen. Du kannst jetzt natürlich noch weitere Fernbedienungen an deine Wii andocken, beziehungsweise synchronisieren, hierfür einfach die Anleitung wiederholen. Wenn du dir jetzt so einen Controller oder auch Ersatzbatterien für hier hinten drinnen zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenhersteller zu einem relativ günstigen Preis, und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert, und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also so einen Controller dazulegen möchtest, einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken, und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren, um somit kein neues Video mehr zu verpassen, und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.